Psyche und Wetter. Seelische Befindlichkeit, mentale Befindlichkeit und atmosphärische Bedingungen. Tagtäglich sind wir dem Wetter und der Atmosphäre ausgesetzt. Wir leben in dieser Atmosphäre, wir leben in dieser Biosphäre und sie ist stets da und beeinflusst uns natürlich auch. Das ist eine Wechselseitigkeit in Systemen. Wir können uns als Menschen nicht nur mental isoliert sehen. Manchmal hat man vielleicht oder in mancher Psychotherapie den Eindruck, wir könnten alles vollkommen individuell regulieren. Das hänge nur von unserer Einstellung ab, was wir tatsächlich zustande bringen und was nicht. Wie ist das denn mit der Psyche und dem Wetter? Da gibt es so Spezialausdrücke wie zum Beispiel Spherics, elektromagnetische Veränderungen der Atmosphäre. Zum Beispiel bei Gewitterwetter. Jeder kennt die Stimmung, jeder kennt das Feeling besonders vor dem Gewitter. Wie elektrisch, hektisch, diffus, nicht geordnet, du denkst, alles entgleitet dir. Du schaffst es gerade noch so, Auto zu fahren und du wünschst dir sehnlichst die Entladung, die Abkühlung. Und die Entladung vielleicht auch in libidinöser Hinsicht. Für einige Menschen ist das kaum auszuhalten. Psychisch oft bedrohlich, apokalyptisch geradezu. Manche Menschen sagen, atmosphärische Bedingungen sind ursächlich für mentale und psychische Zustände. Oder für mentale oder eben psychische Zustände. Wie ist das mit den bioklimatischen Wirkungskomplexen? Wenn wir die uns mal an dieser Stelle kurz betrachten. Da gibt es eben so etwas wie aktinische Wirkungskomplexe. Das heißt also, wir sind UV-Strahlen ausgesetzt. Wir sind dem Licht ausgesetzt. Wir sind Infrarotstrahlung und anderen Strahlungen ausgesetzt. Dann haben wir natürlich thermische Wirkungskomplexe. Wir haben sowas wie Feuchtigkeit, Temperatur. Wir haben so etwas wie Wind. Und wir haben letztendlich lufthygienische Wirkungskomplexe wie Gase, Pollen, Partikel und so weiter. Also ein großer Wirkungskomplex, der ständig mit unserem Organismus zu tun hat. Und wo sich eben ein Körper und damit eben ein psychisches, ein mentales Geschehen auseinandersetzen tut. Manchmal schauen wir als Menschen dreien wie sieben Tage Regenwetter. Dann wieder sind wir ebenso heiter wie der Himmel. Handelt es sich dabei nur um geflügelte Worte oder beeinflusst das Wetter tatsächlich unser Befinden? Ein Zitat aus der Zeitschrift spektrum.de Wetterfühligkeit, ewige nassgraue Tage, auf der anderen Seite aber auch Sommerhitze. Alle extremen Wetterlagen oder Wetterlagen, die lange dauernd führen zu, können zu Missbefindlichkeiten führen. Der Wetterbericht bringt Gesundheit, Achtung, Wettereinfluss, deutlich auf die Gesundheit. Das sind heutzutage in guten Wetter-Apps so vorhanden. Achtung, durchaus eine Befindlichkeit in der Gesundheitslage. Mehr als 50 Prozent der Deutschen geben an, an Wetterfühligkeit zu leiden. Und das ist in anderen europäischen Ländern nicht anders, vor allen Dingen Schlafstörungen oder Kopfschmerzen oder Müdigkeit oder Gereiztsein oder Niedergeschlagen, Stimmung und Verhalten entsprechend gefährdet. Nun sind das alles natürlich keine Störungsdinge, mit denen wir uns ja in der Psychotherapie beschäftigen. Das sind alles keine Störungskriterien, sondern normale Tagesschwankungen und damit eben auch Wetterschwankungen. So wie das Wetter schwankt, so ist eben auch die mentale Befindlichkeit. An sich ist das noch keine Störung. Denke mal an so ein Thema wie Erotik an heißen Tagen. Da gibt es schöne Studien, die man gemacht hat. Man hat jüngeren Männern nahegelegt, mal auszuschwärmen und ganz harmlos Frauen nach ihrer Telefonnummer, nach ihrer Handynummer zu fragen, um ein Date zu machen. Und tatsächlich, bei wolkenlosem Himmel hatten diese jungen Männer 22 Prozent höherer Ansprecherfolg als bei Bewölkung, wo das, glaube ich, nur 14 Prozent waren. Also das sind alles so schöne Untersuchungen, die man da anstellen kann. Und das bedeutet natürlich, dass das Wetter einen Einfluss hat. Was wir nicht vergessen dürfen, ist die große Anpassungsfähigkeit, die wir als Menschen haben. Wir können stets uns den Wetterbedingungen anpassen, sonst wären wir als Spezies Menschheit nicht so erfolgreich gewesen. Wetter war schon immer da, seitdem wir atmen können, seitdem eine Atmosphäre hier auf der Erde ist. Und das Wetter trägt eben seine Besonderheiten in sich. Sehr extreme Wetterlagen, bei denen wir in der Lage sind, uns durchaus körperlich als auch mental anzupassen. Die negative Reaktion auf Schönwetterlagen, was zum Beispiel eher psychologisch zu verstehen ist, bei Depressiven ist sehr interessant. Also viele Menschen glauben, dass Depressionen bei schlechtem Wetter schlimmer werden. Und das trifft auch für einen Teil der Depressionen zu, nämlich bei der saisonal abhängigen Depression, dieser SAD- oder Winterdepression oder Depressionen in nördlicheren Ländern, wo es zum Beispiel lange Zeit dunkel ist. Da haben wir natürlich ganz spezifische Reaktionen drauf. Aber ansonsten ist es typischerweise so, dass auch in südlichen Ländern, also in Mittelmeeranreiner Staaten, oft bei sehr lang anhaltenden Schönwetterlagen depressive Menschen eher noch depressiver werden. Was man, wie gesagt, psychologisch verstehen kann, weil sie natürlich keine Freude haben, weil alles draußen blüht und da ist und das Leben sucht am Strand und ausgelassen ist und Party macht und sie mehr eben daran nicht teilnehmen können. Wetter als Umwelttraining, das hatten wir schon angesprochen. Das ist immer wieder eine Herausforderung, uns zu trainieren. Und dieses Stichwort Resilienz taucht ja hier auch wieder auf, weil wir einfach sagen, wir müssen uns als Menschen stets den Bedingungen anpassen. Und das Leben zeigt nun einfach auch sehr negative Ergebnisse neben den positiven Ergebnissen. Und insofern ist es beim Wetter genauso. Es ist eine gewisse Analogie. Wir müssen uns immer wieder an das Wetter anpassen und haben daher ein Umwelt- oder ein Wettertraining. Wir können sagen, dass Anlagekrankheit, aber auch Alterungsvorgänge oder aber auch Zivilisationsschäden in einer Reizbeantwortung durch die entsprechende Wetterlage geschwächt sind. Und das kann natürlich Anlass zu Beschwerden geben. Also Menschen, die per se schon gestört sind oder gestörter sind, bei denen wird das eben durch diese unterschiedlichen Wetterlagen noch weiter verstärkt. Also Wetterfühligkeit, das können wir tatsächlich an dieser Stelle sagen, ein Beschwerdebild mit vielen Gesichtern. Interessant wird es beispielsweise bei Merk- und Konzentrationsstörungen, aber auch bei gesteigerter Vergesslichkeit, vermehrter Fehlerneigung und wachsender innerer Unruhe bzw. Anspannung und Nervosität. Das ist ein Zitat aus der psychosozialengesundheit.net. Jeder zehnte Mensch leidet unter Depressionen, Tendenz stark steigend. Wir erwarten im Jahr, ca. um das Jahr 2022, dass Depression die Volkskrankheit Nummer eins ist, also die am weitesten verbreitete Krankheit ist. Also wir sehen, es ist ein sehr komplexes Thema und Wetterlagen verstärken psychische Befindlichkeiten. Das heißt also, sie gehen mit den psychischen Befindlichkeiten Hand in Hand, in der einen oder in der anderen Weise, durch eben diese stetige und ständige Veränderung und durch das Klima, das vorhanden ist. Also es geht letztendlich um die Anpassung an immer wechselnde Zustände. Also ein Verstärker, ein Indikator, eine atmosphärische Einheit. Stets da, wie unsere Psyche auch. Und dann in der ersten Zeit. Vielen Dank.